So, da sind wir wieder. Weiter geht's. Voll die geile Action hier in diesem Lagerhaus, wo wir nur am Verrecken sind. Ich bin dann wieder auf dem Weg zu dir. Okay. Ja, kaum kletter ich da hoch, kommen natürlich unten wachen. Einfach so aus dem Grandroom nichts gespawnt. Aua! Versteck dich, überlebe. Ich hab einen Stand, einen Screen Build, drinnen rein. Ich sehe es, und der Helikopter fliegt ganz herrlich um dich rum und trifft nicht. Okay, jetzt trifft er. Oh Mann, grad wo ich reingekommen bin. Game. Over. Wir müssen es noch bis zum nächsten Ladebildschirm schaffen, dann können wir ruhig auf Mittel stellen. Eventuell. Headshot. Warte. Ich hab nicht getroffen, ganz hot. Ah, schön. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal die Strecke. Ein getöteter Helikopter, der Heli, komm. Ja, ja, der Heli. Wichsen. Überlebe. Du musst da überleben. Der Heli, der greift um dich. Er kommt auf deine Seite. Fein... Ich helf wieder! Oh, den wollte ich gerade erwischen, gut. Hast du uns gemacht. Hilfst du noch? Ja! So, ich hab ein paar ausgeschalten. Aaaaaah! Wir haben eigentlich schon so'n Vorteil, dass wir... ...unendlich Versuche haben. Stell dir vor, er spielte einen allein auf dem Vierendlichkeitsgrad schwer. So... Da kommen ganz viele böse Dinger hier. Ja, erstmal die Waffe da oben. Ich hab auch eine getötet da oben. Ja, das war dieselbe. Wir haben beide auf dieselbe eingeballert. Nein, da waren zwei. Achtung, da ist so'n Klinglingvogel von deiner Presse gewesen. Ist da unten. Da oben sind aber noch Wachen. Und nachladen. So, noch nicht hochgehen, nicht die Treffen hochgehen. Weil sobald wir hochgehen, kommen von dort Wachen. Die kann ich jetzt nicht gebrauchen. Von hier unten kommen dann sofort Wachen. So, also gehen wir hoch und dann werfe ich gleich eine Granate dahin. Warte. Und erstmal alles hier, alle Kisten erstmal kaputt machen. Peilung sammeln und alles. Aber hier ist nichts in den Kisten. Nur in den Kisten, wo Subli draufsteht. Also die kleinen. So, bereit? Äh, ja. So, wie das? So, haben wir die unteren auch erwischt? Ne. Einen hab ich erwischt. Ja, das war alle. Jetzt müssen wir über die Container klettern. Oh Gott, wir sind hier Profis. Alter. Weiter? Äh, ich kann dich 35 heilen, wenn du möchtest, noch. Ja, aber... Oh, oh, Handy. Äh, falsche Taste. Lüster. Du hast Blut im Gesicht. Das mag ich für AMD. Ich kann dich immer noch mehr heilen. Mach ich grad so Medi-Ampullen, okay. Oh, coole Scheibenbugs. Einfach hier an der Wand bleiben. Irgendwo. So. Da ist einer. Ah, unten unten, da kommen zwei Stück. Oh Gott. Das ist Hardcore. Lebst du wieder? Ja. Wo? Am Anfang. Okay. Ich versuch zu dir zu rennen. Hier sind tausende Heilungsstationen. Ja. Du musst einfach nur überleben. Ich versuch jetzt zu dir zu kommen. Okay. Ich heil mich mal an allen Heilungsstationen nacheinander voll. Oh Gott, ist das schön. Angenehm. So. Verdammt Alec, ey! Bei mir ist es immer so, dass wenn ich ihn nicht aufnehme, kriege ich ab und zu mal so ein Standbild. Warum? Ich hab keine Ahnung. Weil das andere aufnehmen hofft alles flüssig. Perfekt. Ah, er ist auf der Hebel. Wichsen, ey. Weg, 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 weg. Ah. Ich bin noch voll unterbeschossen. Wir können ihn übrigens auch ausschalten, ge? Jedes Mal wenn wir sterben. Mit den Granaten, die wir haben. so spät, ich bin schon unterwegs zu dir. Ah verdammt, ich bin nicht richtig. Oha, f*** ich dich! Ich meiste gar nicht, wo ich hin muss. Ah, du bist da oben drin, okay. Kann ich da rein? Ah da. Nö, 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 nö. Hed клиze Kann ich rausgehen? Ich muss noch einen unter der Treppe fremden. Der Dokument, damit der terrorieren kann! Teste! Wir werden dann erst mal schlagen! Nothing! Du kannst doch eigentlich einen Anzug stecken! Äh, so ist, zum Beispiel Rüstung sozusagen. Mal mein Anzug wieder voll, ey. Die rechten drei hab ich schon leer gemacht, die linken drei. Oh, noo, 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 noo! Ich hab doch gesagt, pass auf, der Heli schießt hier rein. Und dann Bild, schön. Habe ich noch? Ja, ich lenke ein Heli gerade auf. Gewalt los, woterm. Oh Gott, weg, 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 weg! Oh Gott! Ich bin immer noch hier in den Treppenhaus. Ja genau. Sobald ich wahrscheinlich wieder komme, spawnen wahrscheinlich wieder tausend Millionen Menschen. Bei dir. Oh, ich stehe hier mit meiner Pistole noch sicher. Hilfsenergie. So. Sprinten. Jetzt bin ich gerade in der großen Lagerhalle. Zack. Bäm. Ähm. Kapau. Ich da noch drüber. I play in my clip. Doch ist sie ruhig. Jaja. Jetzt hat. Kommen wieder hunderttausend? Nein? Okay. Wir müssen hier... Ah, warte. Ich bin weg. Hier hin müssen wir hier, wo ich bin jetzt hat. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Schieß auf mich. Lebst du noch? Hier. Ah, der Heli ist noch vor mir! Ah, der Heli ist noch vor mir! Ah, der Heli ist noch vor mir! Ja, ich mache ja das Teuerzieher schon auf. Knopf drücken, Tor ist offen. Und jetzt? Und jetzt halte ich noch mit den Standgeschützen hier den Helikopter aus. Was soll ich machen? Ja, du kannst schon mal mit deinem Boot irgendwie unten rum fahren. Oder was auch immer. Du kannst auch vorher kommen und mir helfen. Wenn du mir sagen würdest, wo der Heli hieß. Der ist bei mir. Ich bin frei! Ach komm, ich spring auch runter. Scheiß drauf. Ich hab Standbild. Nee, nicht sterben, Mr. Moore, ne? Ich sag's dir. Hallo? Hallo! Was los? Ja, ich versuch grad nicht hier. Ich glaub, mein Spiel ist... Ich glaub, das Spiel ist abgestürzt. Ich seh' dich auf jeden Fall da vorne stehen. Ah ne, ich lebe noch. Ja, einfach weiterfahren. Helikopter ist grad hinter uns. Deine Zeit ist uns abgelaufen. In einer Minute. Okay. Das ist gut zu wissen. Jetzt wir... Ja, jetzt kommt aber eh gleich ein Ladebildschirm. Hoffe ich. Nee. Es kommt noch die epische... ... rechts um die Wand rumfahren... Habe ich sogar gut geschafft, ne? Ja, ich auch. Während uns dieser kack Helikopter noch verfolgt. Ja, aber nicht trifft irgendwie. Das ist... Ah, ein Rohr. Äh... Ein Rohr. Wir sind sicher. Jetzt kommt aber ein Ladebildschirm. Fast schon sicher. Aber nur fast. Nee, irgendwie doch.